Sie sehen jetzt mich und fragen sich vielleicht, was will denn der Wichser da? Klaus, bitte. Bitte, bitte, bitte. Du musst hier bleiben. Ich meine, das ist unser Film. Bitte. Aber ich kann Sie auch sehen. Denn das ist mein Job. Ich bin Regisseur. Meine Aussteuer. Ich bin gefeuert. Du bist doch nur sauer, weil ich die Haare heute nicht hoch habe. Ich liebe dich. Verstehst du das nicht? Schau mal, überleg doch mal, was wir alles zusammen durchgemacht haben, was ich alles für dich gemacht habe, was ich für uns gemacht habe, für unseren Film. Hör doch mal auf. Lässt du mich nicht zu widerstehen. Ich hab was zu tun, Baby. Ich will, dass du mit mir einen Film drehst, wie Sarah-Lisa in Dancing with Devils. Oder bin ich dir nicht cool genug? Bist du dir sicher, dass das der richtige Stil für reiche Leute ist? Ich glaube, er nicht. Baby, ich war mit einer Agnelli-Tochter zusammen. Ich bin ganz sicher, dass ich der Einzige auf dieser Welt bin, der mit Millionären wirklich was anfangen kann. Kaum bin ich drei Minuten Steinberg schon tiefste Depressionen, Digga. Hast du meine Zigarette, Digga? Jetzt pass mal auf, du kleiner Fickschleppen. Du gehst jetzt wieder da rein und besorgst mir bei diesem Wichser einen scheiß Interview-Termin. Und wenn du das nicht machst, dann hau ich dir deine kleine Schnute ein, dass dir deine Haare ausfallen. Bitte was? Und die Mädchen sind hula-Dancing. Und die Mai Tai ist flogen. Und wir kreis-Dancing. Oh, hurry up! Woo! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Es gibt Stories, die werden wahr, weil die Leute sie so wollen. Bis zum nächsten Mal.